Ich bin Lena Stoffel, ich bin Skifahrerin. Die Gletscher sind mir sehr wichtig, weil sie mich schon mein ganzes Leben lang begleiten. Sie sind Spielwiese, sie sind Orte der Ruhe und Kraft und sie sind mir sehr wichtig. Es macht mir aber auch große Sorgen zu sehen, wie schnell die Gletscher schmelzen. Vor nicht allzu langer Zeit war der Gletscher noch hier, wo ich stehe und jetzt ist er ein Kilometer weiter hinter mir. Am 12. Dezember jährt sich das Pariser Klimaabkommen das fünfte Mal. Die europäischen Spitzen treffen sich und entscheiden über Klimaziele für die nächsten zehn Jahre. Es gibt ungefähr 60 Millionen Skifahrer und Snowboarder und noch viel mehr in der ganzen Outdoor-Community. Zusammen haben wir eine sehr starke Stimme. Lass uns die europäischen Spitzenpolitiker bestärken, den Klimaschutz an erste Stelle zu stellen. Und uns auf einen neuen Weg zu bringen. Liebe Frau Merkel, lieber Herr Kurz, ich zähle auf Sie, dass Sie alles daran setzen, unsere Natur zu erhalten und unsere Emissionen zu reduzieren. Stichwort Net Zero Emissions. Damit unser Ziel einer Klimaerwärmung von nicht mehr als 1,5 Grad Celsius erreicht werden kann. Macht mit und zeigt uns eure Lieblingsplätze in der Natur und warum sie euch wichtig sind. Taggt euren Bundeskanzler oder eure Bundeskanzlerin und taggt euren PAU-Chapter. Auf der PAU-Internetseite findet ihr alle weiteren relevanten Informationen zur Kampagne. Lasst uns zusammen für einen neuen Weg einstehen.